Als einer von über 200 regional tätigen Vereinen in Deutschlands größtem Verband junger Unternehmer und Führungskräfte erheben die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald das Thema Weiterbildung seit Bestehen zu einer ihrer zentralsten Aufgaben. Mit Gründung der Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald Akademie setzt man nun auf eine deutliche Intensivierung seiner diesbezüglichen Aktivitäten. Unter dem Motto Weiterbildung die Mehrschaft ist dazu eine Serie von Tagesworkshops für Führungskräfte geplant, die heute ihren Auftakt nimmt. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon Veranstaltungen in Form von Seminaren, von Workshops angeboten, meist im Rahmen von Abendveranstaltungen. Und unsere Idee war, dass wir das einfach vertiefen, dass wir auch Tagesveranstaltungen draus machen. Und da haben wir im Prinzip ein Veranstaltungsformat uns ausgedacht, wo wir diese Tagesworkshops anbieten können. Und das ist eben unsere Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald Akademie. Das Anliegen ist, dass wir nicht nur uns für unsere Mitglieder, sondern auch generell für die Wirtschaftsreduktion im Thüringer Wald, jungen Führungskräften die Thematik interessante Weiterbildung nahe bringen wollen. Unsere Erfahrung ist, dass dieses Thema auch in Unternehmen relativ stiefmütterlich behandelt wird, generell das Thema Weiterbildung. Und deshalb bieten wir gerade auch ausgerechnet auf junge Führungskräfte interessante Themen an, wo sich, ich sage jetzt mal, die jungen Unternehmer oder jungen Führungskräfte inhaltlich weiterbilden können, aber auch Netzwerk knüpfen können und sich mit anderen austauschen können. Das Themenspektrum ist sehr breit gefächert. Das fängt an beim Führungskräftetraining. Das geht bis, ja, Körpersprache ist auch ein Thema. Und im Prinzip sind alle Themen relevant, die Führungskräfte interessiert, die junge Unternehmer interessiert. Und das wollen wir in diesem Format anbieten. Dabei greifen die Wirtschaftsjunioren ihrerseits selbst auf ein bundesweites Netzwerk professioneller Trainer zurück. Den Anfang macht der Leipziger Autor, Berater und Seminarleiter Daniel Hoch, dessen Führungskräftetraining aufgrund großer Nachfrage bereits für zwei weitere Termine gebucht ist. In Führungskräftetrainings sprechen wir ganz gezielt darüber, was ist meine Rolle als Führungskraft, welche Erwartungen gibt es, wie arbeite ich als Führungskraft, was mache ich gut, was mache ich noch nicht gut, welche Erwartungen werden an mich gestellt und welche Methoden habe ich an der Hand oder, ja, welche Methoden kann ich umsetzen, um Mitarbeiter zu motivieren, zu delegieren und das vor allen Dingen, und das ist für mich ganz wichtig, wie mache ich das Ganze über die Kommunikation mit der Körpersprache. Das sind so ganz elementare Dinge, die wir in den Seminaren umsetzen. Was eine gute Führungskraft ausmacht, ist ganz leicht zu sagen. Erstens, ich muss wissen, was will ich, ich muss wissen, was will der andere, wo wollen wir gemeinsam hin. Und dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, erstens Tacheles zu reden, den Mitarbeiter immer wieder zu überraschen, um einfach Spitzen zu setzen. Und für mich ist wichtig, ich brauche eine Klarheit. Ohne Klarheit funktioniert nichts, ohne Klarheit entsteht Druck, das macht niemandem Spaß und führt irgendwann zu Konflikten. Und deswegen ist es für mich wichtig, Tacheles zu reden. Eröffnet wird die Akademie der Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald auf Schloss Elgersburg bei Ilmenau. Begleitet ist dieser offizielle Startschuss von Staatssekretär Georg Mayer, der zudem Zeit für eine anschließende Gesprächsrunde mit den Workshop-Teilnehmern mitbringt. Ja, ich suche immer den Dialog mit der Wirtschaft und was mich hier besonders gereizt hat, ist die Tatsache, dass es sich um junge Unternehmer handelt, die selbst aktiv werden, Eigeninitiative entfalten, eine Akademie gründen. Und das ist für mich Grund genug, hierher zu kommen, weil ich den Dialog einfach suche und auch brauche für meine Arbeit. Was die Angebote der Akademie anbelangt, arbeiten die Wirtschaftsjunioren derzeit fleißig an weiteren Terminen und Inhalten. Weiter geht es in diesem Jahr noch mit einem Workshop, wo wir ja so ein bisschen Business-Zaubern kennenlernen, also mal ein bisschen was anderes. Die Thematik wird sicherlich sehr unterschiedlich sein. Alles, was junge Führungskräfte berühren kann in der Arbeit im Unternehmen, ob das jetzt Datenschutz ist, Körpersprache ist, Mitarbeitergespräche führen, Verhandlungen sinnvoll vorbereiten und gestalten und durchführen, all diese Themen werden wir auf die Agenda setzen. Es ist geplant, nicht nur in dem Standort Schloss Elkersburg, wo wir heute sind, Veranstaltungen zu machen, sondern eine zweite Veranstaltungslocation wird das Ringberghotel in Suhl sein. Wir haben geplant, ab nächstem Jahr alle zwei Monate einen Workshop durchzuführen. Der dann im Übrigen auch gerne von Nichtmitgliedern der Wirtschaftsjunioren besucht werden darf. Und zwar in der Zukunft assume auf ein paar Bere Awarenessern, sondern auch nicht nur im Raecial bis zum W d Wheels. Über die 권리ernensalog! Wir freuen undие, die dr�, aber das размер....